Könnt ihr bitte jemand diesen Irren an die Wand ketten? Mach mal die scheiß Laterne aus Einer von uns wird sterben Ist doch viel einfacher, erst töten, dann sterben Außerdem wollte er Stress, er wollte Stress Ich wollte ihn ganz lässig klauen Aber er meint ja sich umdrehen zu müssen Mir eine Ansage machen zu müssen, obwohl er ein kleiner Furz ist Das hat er einfach davon Go Monkey, go Monkey, go Monkey, go Komm schon Ich frag mich aber wirklich gerade, warum ich nicht meine goldenen Sterne hab Das ist doch genau die Ausrüstung die ich vorher hatte Oh, schafft er das? Yes Yes Action, action, action Hey, was hältst du aus? Achso, jetzt bist du dort Achso, jetzt bist du dort Die Windmühle, wow Abrollen, yes Wunderschön, professionell gemacht Wie komm ich da ran jetzt? Hallöchen Von innen? So Bleib stehen Zeig dich, Bastard Mann Warum musstest du das tun? Komm, 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 Luftattentat Nee, macht er nicht Jetzt, wo er mich sieht Und das kann man auch nicht verstehen, warum er ihn nicht trotzdem tötet Weißt du, er überwältigt ihn Aber er tötet ihn nicht Das ergibt einfach null Sinn eigentlich Wenn du so willst, ergibt es einfach keinen Sinn Für die scheiß Kiste, ey Die ich eh nicht brauche Keine Ahnung, warum ich das gemacht hab Guck mal, der hat Schmerzen Weg mit dir Da ist noch ein Hut Den nehm ich kurz mal mit Ja Und wie gesagt, also ich bin am überlegen, wo ich mir die Division holen Weil ich hab keinen Bock, dass das bei mir nicht funktioniert Wenn ich jetzt das werde Weiß ich nicht Was soll das alles? Was soll das, Alice? wird eigentlich um ein Leben Was soll ich für dich Nein Was soll ich so machen? Ich hab noch Schau Ich hab noch Ich hab noch Napoleon-Kostüm will ich auf jeden Fall haben. Ja, wo man auch, das kann man auch mal erwähnen. Ja, das ist Napoleon. Jeder, der zur Schule gegangen ist, der hat wahrscheinlich, wahrscheinlich die französische Revolution im Unterricht gehabt und weiß auch allgemein, dass er einer der größten Feldherren war und Taktiker und so weiter. Das weiß man einfach. Wie blass ist der geblieben, bitte? In kompletten Unity. Muss man einfach mal auch an dieser Stelle mal erwähnen, hier deutlich. Also, alleine im DLC. Ich dachte, boah, krass, wird er jetzt als übelster... Den Gedanken hatte ich zum Beispiel. Wird er jetzt als übelster Gegner aufgebaut oder sowas? Als Feindbild für Arno? Dass er hier einfach süchtig nach Macht ist und alles. Lässt er einfach so einen kleinen Jungen umbringen oder ordert das zumindest an oder so. Der ist ja voll skrupellos und alles. Kann er sich gar nicht mehr remembern, als wir ihm geholfen haben, die alte klarzumachen? Und... Ne. Nein. Egal. Was? Wer ist Napoleon? Hä? Nö. Achso, nö. Weg mit dem. Alles klar, cool. Hä? Hä? Da hat er so... Da hat er sogar... Welcher Teil war denn das? Da hat er sogar... Der Vater von Marco Polo... War das der Vater? Ich glaube, das war der Vater. Welcher Teil war denn das? Das war auf jeden Fall ein Masjaf. War das... Ich glaube, das waren Revelations, glaube ich, am Ende. Oder? War das da? Wo der Vater von Marco Polo irgendwas erzählt? Ja, okay. Klar, Napoleon ist schon ein bisschen präsenter hier, aber... Ey, wenn man das mit Leonardo da Vinci vergleicht, das ist doch das Geile gewesen. So, weißt du, man kennt ihn, man hat den Namen gehört. Was? Ja. Und dann kommt hier Napoleon. Napoleon! Wie soll das sein? Wie soll das... Sieht man denn bei Victory die Queen? Und ja, die Queen spielt keine Rolle. Gut, die Queen ist nicht so interessant wie Napoleon. Ich verstehe das nicht. Ich verstehe das einfach nicht, wie das sein konnte. Ich... Wie das... Ich verstehe das aber nicht. Das ist einfach die Enttäuschung, weißt du? Das ist einfach die Enttäuschung. Da hast du schon Napoleon als potenziellen starken Gegner. Gegenspieler oder Figur halt. Und dann bleibt der so blass fast wie der Hauptcharakter. Ich finde es schade. Und das mit Elise habe ich ja auch schon erwähnt, dass ich das einfach schade finde. Elise. Die Beziehung zwischen Elise und Arno war das Wichtigste in Unity. Nicht die Revolution. Nicht die Assassinen. Die Beziehung zwischen denen. Dann ist die tot. Dann sieht man kurz eine Frau, die so ähnlich aussieht. Und das war's. Mehr nicht. Alles klar, cool. Naja. Die Memoiren von Ludwig den 14. Aha. Ja, ich kann leider kein Französisch. Ich glaube auch nicht. Ey, das ist... Auch das... Leute, ich... Was soll man zu dieser Mission sagen? Ich weiß nicht, was da... Ich weiß echt nicht, was da schief geht. Es kann nur an der Zeit gelegen haben, dass Unity an so vielen Stellen unfertig wirkt. Oder... Oder... So... Schnell... Schnell fertig gemacht worden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es... Ich weiß es nicht. Ich weiß es einfach nicht. Ich kann... es nicht verstehen. Das ist genauso mit so vielen Spielen letztes Jahr. Watch Dogs und Destiny und so. Das sind alles grundsätzlich gute Spiele. Die machen auf jeden Fall auch Bock. Aber wenn man so sieht, was da so möglich gewesen wäre, dann macht das einen irgendwie schon traurig so ein bisschen. Naja. Weil das... Das kann doch nicht... Was? Auch hier wieder. Ludwig der 14. Hat man vielleicht mal gehört. Dann so eine coole Maske. Ja, alles klar. Geh mal kurz da runter. Töte sechs Leute. Geh kurz an die Tür. Merk, du brauchst Schlüssel. Drei Schlüssel. Drei Punkte. Drei Leute töten. Drei Sachen stehlen. Zurückgehen. Öffnen. Ah, Ludwig der 14. Da war der Gast. Alles klar. Fertig aus. Fertig aus. Ich verstehe das nicht. Ich schreibe mich gerade so ein bisschen in Rage. Aber... Also wie gesagt, es wäre viel mehr möglich gewesen. Man könnte es doch alles so geil präsentieren. Ich kann nur hoffen, dass sie das in Victory besser machen. Ja. Oh, okay. Ja. Nice. Wee. Ich finde es mit dem... Ich finde es mit dem Umhang ganz cool. So Kasper. Okay. Da geben wir es auch. So... Komm, 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 komm. Ich weiß gar nicht, wie man nochmal in die Untergründe kommt, oder wie das heißt. Wie soll man da nochmal reinkommen? Das weiß ich nicht. Also, welche das sind, wie ich da reinkomme, ist klar, das ist das Zeichen halt. Aber, weil da unten waren ja auch noch... Auch noch die Hüte, die ich da nicht mitgenommen habe. Ich warte nicht, ich hau einfach ab. Ich hab ganz dolle Angst vor dir. Du kleiner, geiler Monkey. Ja, wo ich das gerade hier sehe, die Korb-Missionen hab ich auch schon im Stream gezockt. Und ich sag euch ganz ehrlich, die sind scheiße. Die sind echt scheiße. Schlecht. Das sind wirklich mit die schlechtesten Korb-Missionen von allen. Wenn ihr Stress wollt, sagt es einfach. Oh, cool. Du kannst einfach stehen und kämpfen. Du bist einig sowieso. Nein, ich stelle! 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 Ja, ich stelle! Hey... Hallo? Wo... Kann ich dich nicht treffen. Wow, starke Worte.